Ja, Peace and Love Kinder, für alle unter euch die Hanf nicht so gerne rauchen, gibt es den jetzt auch zu trinken. Den Anfang macht's Turn mit 4,9%. Dann huschen wir weiter in den Cannabis Club Sud mit ebenfalls 4,9%. Als nächstes haben wir BLO The Legend Hazard des Pils mit 5%. Ebenfalls 5% hat das Cannabier. Und dann kommen wir nochmal zum 5%igen Hanf Bier Mix. Und den Abschlussbild des CB Bier mit 5,1%. Ja Kinder, wie ihr seht, Hanf kann man jetzt nicht nur rauchen, sondern auch trinken. Ich wünsche euch einen angenehmen, hanfigen Tag. Macht's gut.